Arndt, du kommst aus Köln, wie in anderen Großstädten auch, werden da die Mieten immer höher. Was ist denn in den letzten Jahren passiert, um diesen Anstieg zu stoppen oder zu mildern? NRW hat in den letzten Jahren sehr viel getan, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Wir haben ja stark wachsende Kommunen hier in Nordrhein-Westfalen, also einige Städte, die stark am Wachsen sind. Köln, Bonn, Düsseldorf, Münster beispielsweise. Wir sind deutscher Meister im sozialen Wohnungsbau in den letzten Jahren gewesen. Also 40 Prozent der neu gebauten Wohnungen sind in NRW entstanden. Wir müssen dringend Wohnungsbau fördern. Das ist das beste Mittel gegen steigende Mieten, also Neubau von Wohnungen, aber auch natürlich Sanierungen. Und die Förderung, die es da in den letzten Jahren gegeben hat, muss dringend verstetigt werden. Da ist die Bundesregierung aufgefordert, die Instrumente auch wirklich zu erhalten. Und die Landesregierung muss mindestens das weiterführen, was Rot-Grün gemacht hat. Am besten noch eine Schippe drauf tun, damit die Wohnungsnot gemildert wird. Schwarz-Gelb geht einen anderen Weg. Sie haben im Koalitionsvertrag angekündigt, Mieterrechte zu schleifen. Was genau haben Sie vor und was würden wir anders machen? Ja, im Koalitionsvertrag sagen CDU und FDP, dass sie wirklich alle Instrumente, die in den letzten Jahren eingeführt worden sind, um Mieterinnen und Mieter vor Miethaien, vor Auswüchsen auf dem Wohnungsmarkt zu schützen, abgeschafft werden sollen. Das kritisieren wir scharf und lehnen wir auch ab, weil es rechtliche Instrumente braucht, damit Menschen auf dem Wohnungsmarkt auch Dinge in der Hand haben, um sich gegen ungerechtfertigte Mieterhöhungen, gegen Mietwucher, gegen verdreckte Wohnungen etc. zu wehren. Es gibt ja auch in den Städten die Notwendigkeit einzugreifen, wenn beispielsweise Wohnungen lange leer stehen. Da sind den Kommunen auch wichtige Instrumente in die Hand gegeben worden. Es ist absolut nicht nachzuvollziehen, dass diese gut funktionierenden Errungenschaften jetzt von der neuen Landesregierung abgeschafft werden sollen. Was es gibt, was aber noch nicht so richtig gut funktioniert, ist die Mietpreisbremse. Was könnten wir tun, damit die besser funktioniert? Das Problem bei der Mietpreisbremse ist, dass sie nicht richtig greift, also dass sie nicht scharf genug ist. Wir haben gefordert, dass beispielsweise die Vermieter aufgefordert, also rechtlich verpflichtet werden sollen, die Vormiete offenzulegen, sodass Mieterinnen und Mieter auch entscheiden können, ist sozusagen die Wohnung es jetzt wert, in die ich einziehe. Gab es eine völlig unberechtigte Mieterhöhung mit dem Mieterwechsel? Bisher ist das rechtlich nicht geregelt und die Mietpreisbremse sieht es auch nicht vor. Deswegen sagen wir, Mietpreisbremse ist ein richtiges Instrument. Aber wenn es greifen soll, und das ist bisher leider noch nicht der Fall, dann müssen den Mieterinnen und Mieter mehr Instrumente in die Hand gegeben werden, damit sie auch entsprechend aktiv werden können.